ARD Text im Auftrag von Funk Wir haben jetzt auch so eine kleine Kamera, demnächst unsere Videos, ich steig aus dem Kofferraum raus oder ich bin einfach unter Wasser oder die Kamera kommt einfach aus Bist du mit 8 Bars auch nicht zufrieden? Meine Damen und Herren, ich bin immer noch 1 Bar barrieren lassen Du sagst zwischen meinen Bars und Schreien Wie ist das? Hemand habe ich angeschaut? Wir haben sie mit 9 Bars Was macht du denn da? Uh-uh, uh, 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 uh gun Damit fürs Bein tricks Run! Hast du Bock? Ach was, das ging mir doch schön geschissen. Komm her. He? Ja, ja. Doch schon. Ey, ist das überhaupt toll, wenn das ein Case ist? Ja, ich hab die Böse. Ja, mach, 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 du löscht da was. Hier, wo du löscht da was? Black Edition? Allah, wie du löscht da was? Du löscht da was? Ja, ja. Ja, ja. Ey, Sander. Ey, Sander, komm, was du machen? Ja. Guck mal, geht. Sander, komm, was du machen? Okay. Wo? Aus dem ghetto. Mit tetto. Was sie vorher hätten, Bundestag vorher rappen. Glüub mir! Auf niere! Yo, 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 der Albaner, der aussieht wie ein Ibelinster, der libelinster aussieht wie ein Ibelinster. Ach so, habbe, was geht ab? Stell dich mal kurz vor, Bruder. Ich bin das arabische Bestie, ich komme aus Wolfsburg und ich will nur Bratzen klatschen. Kommst du aus Wolfsburg? Wie ist dieser Shisha-Laden bei euch? Shisha-Laden La Cobra. Ja, genau, ich wollte da einmal hinfahren. La Cobra ist ein schönes Ding auf jeden Fall. Auf jeden Fall gibt es geile Shisha mit geile Koffer.